Ist eigentlich so, es ist ja auch genau das, was die Schule eigentlich leisten sollte, dass man mit dieser Idee da rauskommt. Also was kann ich gut, was lebe ich, was braucht die Welt, womit kann ich Geld verdienen? Und was ist leider meiner Meinung nach der größte Punkt, der viele davon abhält, sich diese vier Fragen, das ist ja eigentlich, wenn man jetzt sagt, okay, ich gehe ins Berufsleben, was soll ich mir für Fragen stellen? Ich muss mir ja nur diese vier Fragen stellen im Grunde. Und dann kann ich eine gute Entscheidung treffen. Aber ich sehe das ganz häufig, dass viele eine Entscheidung treffen, die halt vom Umfeld beeinflusst ist, von diesen Büchlein, die man hat, so das ist die Berufe, die man machen kann, das verdient man gut und so weiter. Aber es gibt ja auch noch dahinter liegende Kraft oder Kräfte, die gar nicht wollen, dass wir diese vier Fragen wirklich ergründen und dass wir wirklich tief da reingehen. Was meinst du, was gibt es für Mächte im Hintergrund, die bewusst dafür arbeiten, dass so viele Menschen wie möglich sich nicht diese vier Fragen stellen, nicht den Weg gehen, nicht die Macht des Unterbewusstseins nutzen, nicht die Kraft aktivieren, die die Sachen für sie verwickelt und dann letztendlich auch die Bildskraft nicht wirklich aktivieren? Das ist mit Sicherheit eine interessante Frage. Ich glaube jedoch, dass die für den eigentlichen Bereich jetzt des beruflichen Aufbaus sekundär ist. Die spielt eigentlich keine Rolle. Weil, das Schöne ist ja, wir sind ja schöpferische Wesen. So, wenn jetzt jemand etwas versucht, muss ich ja nicht mitmachen. Und wenn ich so intelligent bin, versuche oder dann entsprechend für mich eine Entscheidung treffe, und das ist das, was man erfahren wird auf dem Weg, entfaltet sich vor einem ein Weg, den man gehen kann. Den siehst du erstmal nicht. Der entfaltet sich beim Gehen. Und dann merkt man, dass das Punkt ist, dass diese Kräfte, die das verhindern wollen, erstmal nicht sichtbar sind. Die wollen doch gar nicht sichtbar sein. Die sind anders verankert, nämlich in Form von Glaubenssätzen, die wir haben. Ja, von falschem Sicherheitsdenken. Ja, ich brauche doch einen Job und ein Angestellten-Dasein. Wenn man das mal versteht, was das wirklich bedeutet, nämlich, dass ich ein Gefängnis. Und alles diese Sachen, die gilt es ja quasi mal in Frage zu stellen. Daran scheitern die Menschen auch. Das sind diese Dinge. Das löst sich aber, je klarer du in diese Kraft kommst dessen, was das Ikigai ist, weil das hat eine besondere Wirkung. Wenn alle Elemente für dich klar sind, entsteht eine Freude im Menschen. Und diese Freude, die man pflegt, die ist so stark, dass man plötzlich bereit ist, Dinge zu tun, die bisher unvorstellbar waren. Diese rote Linie überschreiten, weil alles plötzlich einen Sinn gibt, weil man plötzlich im Prinzip am Wesenskern ist. Die Seele kann sich ausdrücken und die, die will das auch tun. Und dann plötzlich geht man den Schritt nach dem anderen und denkt man, hey, die Kräfte können machen, was sie wollen. Ich gehe diesen Weg jetzt. Das ist das, was dann da hinauskommt. Und ich empfehle sogar, auf diesem Weg bewusst von diesen anderen Sachen den Fokus abzuziehen und auf das eigene Business zu legen. Das hat nämlich eine besondere Energie von, ich will ins Leben kommen. So wie ein Kind aus dem Bauch unbedingt irgendwann mal, wenn es die Wehen einsetzt, in die Welt kommen will. Das kann man nicht mehr stoppen dann. Okay, das heißt, im Idealfall, wir haben diese Mächte und die sind für diesen Punkt des Lebens, so wie ich das jetzt verstehe, in deinen Augen, gar nicht relevant. Das spielt gar keine Rolle. Es ist sogar, ganz sorry, wenn ich das Wort verletzt, Es kommt noch was dazu. Es zeigt sich im Moment etwas, dass ganz viele Menschen eine unglaubliche Fähigkeit und Kraft in sich tragen. Ein ganz tiefes Wissen über das Göttliche, über die Spiritualität. Wenn man sich jetzt diese Fragen stellt und ausarbeitet, wird das aktiviert. Jetzt ist man ein Lichtbringer quasi durch das Business, was man tut, durch das, was man an Nutzen für andere Menschen hat, dadurch, dass man selbst in die Freude, in die Kraft kommt. Das heißt, man stärkt sogar diese positive Seite durch das, was man tut. Und das ist ja das, was zum Beispiel Goethes Faust, wo dann Faust den Teufel fragt, wer ist, und dann sagt er, ich bin die Kraft, die das Böse will und stets das Gute schafft. Also das passiert gerade. Und das ist ja immer das, wenn Krisen draußen sind. Je größer die Krisen, umso größer die Chancen, die es gibt. Weil, was brauchen Menschen in Krisen? Da gibt es ja viel mehr Probleme. Also gibt es viel mehr Anforderungen an Problemlösungen. Das ist jetzt die Zeit. Und deswegen ist das jetzt eine goldene Zeit, um mitzuwirken, einen Veränderungsprozess ins Leben zu rufen. Um das ganze Interview kostenfrei weiterzuschauen, besuche einfach diese Website fanfrieden.de oder klicke auf den Link in der Beschreibung.